Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, so viele Kleinteile anzunehmen bei Archivar Rosuir in Kortia. An dieser Position befinde ich mich hier in einer Höhle. Vorquest war Aufbau des Archivs. Und sobald ihr die Quest abgibt, könnt ihr diese Quest noch außerhalb der Höhle einnehmen. Also ist es gleich, ob ihr sie hier übernimmt oder draußen vor der Höhle. In dieser Quest muss man 50 Verliegtfragmente finden. Wie ihr seht, habe ich schon 26 von 50. Das liegt daran, dass diese Fragmente auch droppen können, wenn man nicht die Quest hat im Questlog. Und was es noch zu beachten gibt, finde ich, zumindest auf dem Patch-Server, wo ich die Quest aufnehme, ist es so, dass in der Quest steht, Bergt 50 Verliegtfragmente von seltenen Kreaturen und aus Schätzen in ganz Kortia. Also, auf dem PTR ist es so, dass diese Fragmente auch von normalen Mobs droppen können, nicht nur von seltenen Kreaturen. Ich versuche euch das zu beweisen, indem ich in diesem Gebiet Mobs töte. Soweit ich weiß, ist in diesem Gebiet auch eine Schatzkiste. Hier. Die wird sogar nicht auf der Minimap angezeigt. Also, Schatzkiste Beweis. Halt. Mob. Mob ist geändert. Und ihr seht, die Mobs steht auch nicht dabei im Tooltip, dass sie zu dieser Quest zählen. Ich weiß nicht, ob es bei den seltenen Mobs dabei steht. Ich glaube nicht. Und hier sind schon mal 8. Die werden auch hier nicht dazugezählt, so in Gelb wie es üblicherweise bei Quests ist, sondern die sind einfach bei der Quest dabei. Genauso ist es bei den Items aus den Schatztruhen. Ihr seht, hier stand nichts dabei, aber es hat zu Quests gezählt. Gut, es stand da Quests abgeschlossen, aber nicht, dass 8 Items zu Quests dazugekommen sind oder wie viele gefehlt haben. Also, wie gesagt, nicht nur von seltenen Mobs, sondern auch von normalen Mobs sind diese Items zu finden. Und Schatzkisten, was ja im Questlog steht, das stimmt wiederum. So, nun zeige ich euch noch, wo man diese Quest abgibt. Auf dem Weg, ein Hinweis in eigener Sache. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Twitch-Kanal, also von mir. Würde mich voll freuen, wenn ihr mich da besucht. Und da ist schon einiges los, aber mit euch zusammen wäre noch viel mehr los. Zur Questabgabe muss man jetzt in dieser Höhle laufen, wo man hinausgelaufen ist nach der Questannahme, logischerweise. Quest ist abzugeben, bei Archivar Rosuib, in Kovtja, an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Bug, äh, einen schönen Bug. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs. Und viel Erfolg. It's okay, Ende.